Deine Aufnahme funktioniert? Jo. Ja, dann viel Spaß. Autovectoring ausmachen, nicht vergessen, sonst zieht ihr das Ding gleich vorne sonst wo rein. Ja, das würde ich los. Du hast jetzt so viel Zeit verschwendet, Mann. Ach nee, was kann ich dafür, wenn mich Büsche umbringen? Schöne Grüße von Dimitri. Absolut. In welcher Hinsicht? Keine Ahnung. Einfach nur schöne Grüße. Mhm. Lol. Einfach nur schöne Grüße. Einfach nur schöne Grüße. ja es wäre geil wenn du an der mine da ist ja wenn du da an den auf den berg zu fliegst ist rechts ein ganz kleiner stein also von oben runter der erste stein und dann links so ein mittel hoher stein so 50 zentimeter und 50 zentimeter breit und dazwischen würde ich mit meinem jet hinfahren da steht glaube ich ein gerät ach geil ja dann gucke ich mir das gleich mal so an was ist los hast du ein glück alter seit wann machen so viele deals mit der blackfish krass krank ist das kalt eis hätte lust ohne spazieren zu gehen körper lassen dass man im gerät gekommen alter kann dieser dumme jet mal stehen bleiben mal da geht doch wie da steht übrigens sammeltechnischen weg muss ich halt ein bisschen bewegen körper ist das da ist das dein wagen oder nicht ja keine ahnung körper einfach so körper der media schon körper ja gut ich bin dann mal lernen warum ist meine spitzhacke oder warum kann ich hier schon wieder nicht sammeln ach ich muss hier näher ran warum ist das eigentlich so gemacht dass man näher von fahrzeugen gesammeln kann weil du mit windows taste zuspammen könnte ja konntest inventar in zwei sekunden voll machen das ist die andere blackfish black als snack also von menschen immer korn hier den berg ist nek hat das schon prozentig war was für ein antwort kind zund 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 Ich hab da kein Papa gehört. Papa! Ach, das erste, ja, ja. Ja, das erste, ja. Ja, das erste, ja. 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 Ja.